Ich stehe hier an der Bernauer Straße, an dem Gedenkstein, der seit 1982 an die Mauertoten erinnert, die hier an der Bernauer Straße ums Leben gekommen sind. Die Republikflucht war ganz gewaltig und wir hatten immer noch dieses Loch, sozusagen. Es war immer die Möglichkeit, wenn du Ärger hast, du kannst ja noch gehen. Und viele sind ja gegangen, aber mit dem Mauerbau war das weg. Und wir hatten das Gefühl, es gab eine große Depression. Wir sitzen jetzt in der Falle. Das war etwas, was mich ja nicht nur betroffen gemacht hat, sondern auch motiviert hat für meine politische Arbeit, die ich übrigens danach begonnen habe. Ich war hin und weg von diesem Museum, schon äußerlich, aber auch von dem Konzept. Und das im Zusammenhang mit der angrenzenden Mauer. Der ist mir daran richtig klar geworden, was für ein Gewicht das im Zentrum Berlins hat. Als mir bewusst wurde und mir gesagt wurde, was ich da eigentlich tun sollte, habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich beteilige mich nicht daran, mich selbst weiter einzumauern in der DDR. Ich hatte das Gefühl, mein Freund wollte mich so ein bisschen testen, ob ich das mitmache. Ob ich mir so eine DDR-Schikane wirklich antun lassen möchte. Und das wollte ich einfach nicht, weil mir war klar, Diktatur, DDR, da Stress, den wollte ich schlichtweg nicht haben. Der Mauerpark, wo wir jetzt hier stehen, ist eigentlich ein Symbol dafür, dass da, wo Krieg ist, wo Menschen sich gegenseitig beschießen, dass da durch eine Veränderung, durch eine Revolution ein Zusammenleben stattfinden kann und sich entwickeln kann. Da sind so viele Menschen, die stürmen. Und zwar für ihre Freiheit. Wir können die Toten nicht erwecken. Aber wir alle können dafür sorgen, dass es hier nie wieder eine Mauer gibt.